Hallo liebe YouTuber, hier ist wieder Kenleaks mit der zweiten Ankündigung zum dieswöchigen Freitag-Stream um 17 Uhr. Es ist ein Open-End-Stream, das heißt wir werden so lange zocken, wie wir Lust haben. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch auch auf meinem Stream auf Twitch begrüßen könnte. Und dazu müsst ihr einfach in der Beschreibung auf den Link zu meinem Twitch-Kanal drücken. Dann kommt ihr direkt drauf, könnt dort mit mir schreiben, wenn ihr einen Twitch-Account habt. Und auch gerne den Follow-Button drücken, damit ihr auch dort informiert werdet, wenn ich eben Live-Streams mache. Vielleicht kommt mal irgendwann einer außerhalb der Termine, wo ich sage, da will ich streamen. Und dann seid ihr direkt auch informiert und ich würde mich freuen, euch dort zu sehen. Wir werden viel Arena zocken, ein bisschen Karten-Chaos vielleicht mit dem einen oder anderen Zuschauer, wenn ihr Lust habt. Und auch im gewerteten Modus, da habe ich auch schon die ganzen Decklisten vorbereitet. Ich würde mich also freuen, wenn wir uns dort sehen. Und so gesehen ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Freitagabend. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, euer Kenleaks. Ciao!